Sie hören Unschuldsengel von Zoe Stage, aus dem Englischen von Charlotte Lungstraß-Kapfer, gelesen von Claudia Greif, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Hannah Vielleicht konnte die Maschine die Worte erkennen, die sie nie aussprach. Vielleicht brannten sie ja wie ein Feuer in ihren Knochen. Wenn die Menschen in den weißen Kitteln die Bilder vergrößerten, würden sie ihre Gedanken sehen, aufgezeichnet wie die Berge und Eisenbahnstrecken auf einer Landkarte, überall in ihrem geisterhaften Schädel. Hannah wusste, dass mit ihr alles in Ordnung war, aber Mami wollte nachsehen, schon wieder. Der Raum in dem Kerker unter dem Krankenhaus drohte mit spitzen Nadeln und roch nach vergifteten Zitronenbonbons. Als sie noch klein gewesen war, hatte die Maschine ihr Angst gemacht, aber jetzt, mit sieben, tat sie so, als wäre sie eine Astronautin. Die Rakete wirbelte herum und piepte wie wild, während sie die Koordinaten ablas und noch einmal ihren Kurs überprüfte. Hinter dem runden Fenster war die winzige Erdkugel bereits verschwunden. Nur funkelnde Sterne durchbrachen die Dunkelheit, während sie davonraste. Niemand würde sie jemals fangen können. Sie lächelte. Bitte stehhalten, wir sind fast fertig, du machst das großartig. Der Flugkoordinator beobachtete sie auf seinem Monitor. Sie hasste die Leute von der Bodenkontrolle, mit ihren weißen Kitteln und ihren süßlichen Stimmen, mit ihrem Knetgummi-Lächeln, das auf ihren ernsten Gesichtern klebte. Sie waren alle gleich. Lügner. Hannah sprach ihre Worte nicht aus, weil sie ihr Macht verdienen. In ihrem Inneren behielten sie ihre Reinheit. Sie beobachtete Mommy und die anderen Erwachsenen, studierte sie. Ihnen fielen die Wörter wie tote Käfer aus dem Mund. Außergewöhnliche Menschen wie Daddy sprachen in Schmetterlingen, deren zarte Farben ihr den Atem raubten. In ihr drin gab es ein wahres Kaleidoskop aus herumwirbelnden, hüpfenden, knallenden Ausrufen, voller Staunen und Fragezeichen. Komplizierte Muster drehten sich wie Kreisel, und in jedem Geheimfach steckte ein Schatz. Manche hatte sie gestohlen, andere gefunden. Als sie noch kleiner gewesen war, hatte sie versucht, alles in Worte zu fassen, was in ihrem Inneren vorging. Aber herausgekommen war nur wirres Zeug, Unsinn, unverständliches Gebrabbel. Selbst in ihren Ohren hatte es enttäuschend geklungen. Also hatte sie geübt, wenn sie allein in ihrem Zimmer gewesen war. Aber dann waren gruselige, lebende Käfer aus ihrem Mund gekommen, die über ihre Haut und über ihre Decke krabbelten. Schnell hatte sie sie fortgewischt und zugesehen, wie sie unter der geschlossenen Zimmertür verschwanden. Worte waren unzuverlässig, sie waren keine Freunde. Aber wenn sie ganz ehrlich war, gab es noch einen Grund, einen Bonus sozusagen. Ihr Schweigen machte Mami wahnsinnig. Während der Jahre der Verzweiflung hatte Mami mehr als deutlich gemacht, wie dringend sie sich wünschte, dass Hannah sprach. Früher hatte sie gebettelt, bitte, Baby, Mama, Mama. Daddy hingegen bettelte nie, und er regte sich auch nicht auf. Jedes Mal, wenn er sie in den Arm nahm, fingen seine Augen an zu strahlen, als würde er eine Supernova betrachten. Er war der Einzige, der sie wirklich sah, also lächelte sie ihn an und wurde dafür mit Küssen und Kitzelattacken belohnt. Okay, fertig, verkündete der Flugkoordinator. Die von der Bodenkontrolle drückten auf einen Schalter und ihr Kopf glitt aus der riesigen mechanischen Röhre heraus. Mit einem Knall landete die Rakete wieder auf der Erde, wo sie sich in einem hässlichen Krater wiederfand. Wie Gummibälle tauchten von überall her Menschen auf. Eine Frau streckte ihr die Hand entgegen, um sie zu Mami zurückzubringen, als wäre das eine Art Belohnung. Das hast du wirklich toll gemacht. Was für eine Lüge. Sie hatte gar nichts gemacht, außer zu früh zur Erde zurückzukehren. Stillzuhalten war nicht schwer, und nicht zu sprechen war für sie der Normalzustand. Obwohl sie keine Lust hatte, zu Mami und ihren Launen zurückzugehen und wieder in irgendeinem... Aufstehen... Können Sie bitte zu wählen, dass die prospective 그래도 gehalten und Finding des Beleibiber platzieren? Wir haben eine kleine Motions der Oberfläche,